Polymorphie ist nach je a. mitscherlich in den Werkstoffwissenschaften und der Mineralogie die Eigenschaft, dass eine Substanz in verschiedenen Erscheinungsformen vorkommen kann. Diese haben die gleiche chemische Zusammensetzung, unterscheiden sich aber in der räumlichen Anordnung der Atome und haben unterschiedliche Eigenschaften. Unterschiedliche Strukturen können sich durch Einflüsse wie Druck und oder Temperatur bilden. Eine besondere Form der Polymorphie ist die Polytypie, welche bei in Schichtgittern kristallisierenden Verbindungen auftritt, wie Siliziumkabit oder Siliziumnitrit. Auch manche organische Moleküle wie beispielsweise Arzneistoffe, Pigmente, Fette oder Sprengstoffe können im kristallinen Zustand polymorph sein. Beispiele, Graphit, Diamant, Folarene sowie Grafen sind Modifikationen von Kohlenstoff. Als natürliche Modifikationen des Siliziumdioxids kommen U, A, Alpha, Quarz, Beta, Quarz, Tridimid und Christobalid in der Natur vor. Alpha-Schwefel, Beta-Schwefel und Gamma-Schwefel sind Modifikationen von Schwefel. Weißer Phosphor, Roter Phosphor, Schwarzer Phosphor und Violetter Phosphor sind Modifikationen von Phosphor. Selin kommt in fünf Modifikationen vor. Drei Modifikationen des Calciumcarbonats sind orthorhombischer Aragonit, hexagonaler Fataid und trigonaler Kaukspat. Pyrid und Makasid sind Mineralien unterschiedlicher Modifikationen von Festseite. Drei Modifikationen des Aluminiumsilikats Al2-Sio5 sind Andalusid, Tisten und Silimanid. Zinn kommt als Alpha-Zinn, Beta-Zinn und Gamma-Zinn vor. Ammonium-Nitrat tritt in fünf Modifikationen auf. Die kristallinen Bereiche in isotaktischem Polypropylen, einem Teil kristallinen Kunststoff, treten als monoklein, pseudohexagonale und unter besonderen Bedingungen auch triklein Modifikationen auf. Begriffe Bei zwei Modifikationen spricht man von Demorphie, bei drei Modifikationen von Trimorphie. Tritt eine spiegelbildliche Modifikation auf, so wird sie als Enantiomorphie bezeichnet. Wenn verschiedene Modifikationen wechselseitig ineinander umgewandelt werden können, liegt Enantiotropie vor. Wenn die direkte Umwandlung nur in einer Richtung möglich ist, Monotropie Bei Vorkommen ein und desselben Elements in verschiedenen Zustandsformen spricht man von Allotropie, B-Kohlenstoff als Graphit sowie als Diamant. Bei Vorkommen